Und immer noch Bock auf den Dragoon, oder? Nee, eher Dunkelritter, Paladin, oder auch Samurai. Ja? Mhm. Nice. Do it. Do it. Aber ich verliere gerade Interesse an meinem Samu, aber... Ja. Du musst abwechseln. Der Mann braucht Abwechslung. Ja, und von der Story her bin ich auch jetzt interessiert an einem Dragoon. Achso. Ja, ich habe auch Interesse an einem männlichen Char, der ein bisschen bulky ist. Ja. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt sehr daran gewöhnt, mein Female Micro T zu spielen. Mhm. Das ist nicht mehr ein Problem. My Cutie! Ja. Ja. Ich habe das... Das heretical Behaviour. Wo ist denn... 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 Ich würde auch... E-Lessens spielen. Also so ein... Elf. So ein... So ein... Ich weiß gar nicht, wie die Männer ausschauen. Da gibt es nicht gerade genug. Die stehen ein bisschen schwuchtlich, aber... Äh. So ein Problem. No problem. Ja, von mir aus können wir auch ähm... Neue Duel 2 spielen, wenn du möchtest. Ja. Allright. Weil mich eilt es nicht. Boah, ich bin... 70 willen. Sag ich bin nicht! Nöööööööö. Ich... Ich nehme das ganz gelassen. Ja, richtig so. Das Einzige, was ich wirklich... Äh. Wo ich mich halt für schäme, ist, dass ich so schlecht bin. Wie? ich spiele aber richtig kacke es gab ein nidhog fight also es ist so ein fetter drach gewesen ich bin drei oder viermal gestorben es ist absolut peinlich gewesen aber bist du dann aus den flächen nicht ausgelaufen oder was oder gibt es dann auch eine mechanic ja gut einmal war weird weil ich bin wieder aufgestanden und bin halt genau in der fläche gespawnt konnte aber nicht rauslaufen aber was mir auch oft passiert ist dass dass ich gar nicht rauslaufen kann außer ich drücke sprint mit sprint wird es vielleicht gehen aber das ist nicht immer aktiv gewesen und ich vergesse es auch oft zu drücken weil ich habe das noch nicht gebeindet ja das ist einer der hauptgründe und ich weiß nicht was für mechanics die scheißbosse machen weil die manchmal geben die doch einfach so eine kugel über dem kopf und du siehst sie kaum aber ich habe letztens gemerkt das hat ein sound effect da musst du halt rauslaufen und die seite und das ablegen und so und dann steht so ein fläch unter dir ja genau das ja solche dinge welche welt denn ach ja das ist mir eigentlich gleich nochmal zervor ist oder willst du eine andere nehmen jetzt sind wir auf zählen auf zählen auf zählen und spriggern 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 neuer charakter aussehendes charakter ausladen ja copy per ash ich würde schon gerne wissen wie meine mikrotheme so ein buschelschwanz aussieht höchst wichtig haura roger dien ich bin fette waffe in einem bist du sicher ja absolut schul ich habe auch nichts gegen den vorschlag ich finde den eigentlich richtig gut aber jetzt werde ich dazu genötigt auch ein dude zu spielen weil sonst willst du wiederum dass du auch einen weiblichen Char spielen möchtest ja stimmt ja das ist richtig goddamit nepper fuck gibts ne frisur mit äh fetten geheimratsecken und so mit dem meteor ab und zu stüren ganz aus im jasmonk halt ja find's nicht geil ne oder der fette roger dien mit der milfiner frisur oh ne oh god da kannst du sogar ponytails in so machen ja pfff das ist inklusive das ist der problem das ist mein spruch gewesen mhm hihuran ne ah aber ehle sind so schwul aus ja auch bei das kämmas schon hin mach den donald trump donald trumpo ja der hat schon das beste face du machst jetzt echt so nen fettsack ja das kann nicht gut heißen da muss ich auch fast kontra geben ja aber nur fast oder ja mach ich mir lalafell ne sind sie wahnsinnig ja du machst tank ja ich mach nen tank echt ja und ich soll ein heiler spielen oder was natürlich klar männlichen ehle sind heiler ja vielen dank auch weiblichen lalafell heiler weiblicher lalafell ja vergiss das ist wirklich Ich bin ne neue Raubahn, dude. Du bist nicht zu schwarz. Ich bin ne neue Raubahn. Ich bin ne neue Raubahn. Ich bin ne neue Raubahn. Was? Die Elisinn sind stolze Nomaden, die sich selbst als auserkorene der Götter betrachten. Charakterbeschaffung, was? Die an großen schlanken Körpern und langen Gliedmaßen hatten sie als ursprüngliche Einwohner Eorsias eine Vormachtstellung inne. Nebenbei nehmen sie auch etwas länger als beispielsweise die Hyoran. Doch vorbei sind die Zeiten, in denen sie verbittert mit den Hyoran kämpften, als diese in ihr Territorium eindrangen. Heute akzeptiert man sich unter dem Motto Leben und Leben lassen. Das ist schon quite, äh, heretiker. Die tiefste Stimme. Ich mach mir der weibliche Elisinn. Okay. Ist das acceptable, ja? Unacceptable. Ich heil auch. Geil. Dann ist es acceptable. Hell oder dunkel? Okay. 23. Und fünften Lichtmond. Dunkel? Was taugt dir denn ihr? Hell? Hell. Hell of course. Wie groß mach ich die? Ja schon. So groß wie es geht. Okay. Ich hab meinen auch auf Maximum. Brustumfang. Now we're talking. Der ist der Gott der Gravitation der Zeit. Ich geb dir so ne richtige Managerfrisse. Der Kometen der Zerstörung. Bauwerk und Handwerk, ja. Meiner hat Krebs. Die läuft mit ner... Die läuft mit ner Glatze rum. Warum haben die alle kurze Haare? I don't understand. Wo ist's überhaupt? Heidelin. Kann man die nicht aussuchen als Schutzgott halt? Spoiler. Die frisuren sind alle... Trash. Hate to say it. Mororath. Mororath. Einfach mal random reinwerfen. Mhm. Gladiator Hothman. Sieht aus, als ob die Nudeln aufm Kopf hätte. The fuck. Ah, jetzt muss ich mal schauen, was ich für Klassik überhaupt nehmen muss. Kommt drauf an, was du spielen möchtest, ne? Paladin. Dann Gladiator. Ulta. Und wenn ich Dunkelritter spielen will? Dann musst du dir Marauder machen. Und ähm... Dann auf Level 30... Kannst du dir Dark Knight machen. Marauder oder Paladin? Ne, Marauder oder... Paladin oder Dunkelritter. Ah, das ist die Frage. Oh mein fucking Gott. Ah, ich nehm mal Rauder. Spriggern als der Welt ausklarieren. Ja, kannst schon mal anfangen. Ich bin mal noch stuck. Ah, ich muss mir jeden Namen überlegen. Ah, ja, das wird easy. Ähm... Uh. Oh. Sorta-Eck. Sorta-Eck. Ja, war gut. Äh, ich mach das. Nein. Und mich? Ja doch, mach. Ich hab Egg mit 2G geschrieben. Sorta-Eck. Oh, Mann. Boah, die sehen alle Trash aus, ey. Uh, wo ist man? Das geht, oder? Die ist schön blass, aber trotzdem. Ach, es gibt einen random Namensgenerator hin. Echt? Ja. Helps-Türn-Marman-Sym. Rüßennagel. Flör-Rann-Nasyn. Ach so, das kommt drauf an. Ja, klar. Darauf an, wo man startet. Und dann suchst du den Namen aus, der dazu passt. Aha. Macht Sinn. Wo startest du? Der Typ startet den... Wo startest du? Limsa. 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 Echt? Mhm. Du in Ulda. Nee. Ich bin noch keine Star. Ich bin noch am... Mhm. Rumfriemeln, was... Frisur und so angeht. Das sieht halt echt alles einfach kacke aus. Willkommen in Limsa-Lomin, seine liebhafte Stadt voller... Haluken und Banditen. Toll. Hawkska. Startest du mich auch in Limsa dann? Ja. Ich bin kein Elisin mehr, das ist too late, Tarrig. Aber ich bin auch kein Mikoti. Das ist ein Adafel. Nein. Joran. Ja. Du hast die OND. Du hast die OND. Nee. Mich? Das kommt darauf an, welche... Welche Klasse du spielst. Ja. Das war's. Schade, dass du Greed Daniel. Nope. Okay, ich lass mich überraschen. Aber ich hoffe nicht. Siehst du, Göttin des Mondes und der liebe Herd, das trifft auf mich zu. Du, das ist ja ein Warplay, ne? So, Hermetiker, Limsa, Lominsa, Heiwoi. Herr. Mee. Ticker. Ja. Hermetik. Das sind doch Heiler. Ja. Ja. Oder? Biddy Webb. Alison Aubrey. Emoni Allen. Nuala Kirk. Merivina Nolan. Godel Eva. Godel. Geil. Schade. Sorry. Aldi Jet. Hand. Den nehm' ich. Weg des Hermetikers. Ich nehm' den Aldi. Nehm' den Aldi. Aldi. Gibt es nur das Beste vom Beste? Jobführer? Kannst du zum Gelehrten werden? Hä? Kannst du zum Gelehrten werden? Als Hermitiker? Ja, soll ich? Why not? Ich bin gerne Gelehrter. Dann hast du so ein Pet, so ein Familiar. Kurierin. Ich komme wieder bei ein paar Wiener. Okay. Ich bin gerne Gelehrter. Ich bin gerne Gelehrter. Ich bin gerne Gelehrter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schluss. Na ja, sagen wir so, ich habe es selber beendet. Was kennen wir überhaupt mit denen? Weil wir machen jetzt einen Healer und Tank Ja Ich sehe schon wieder die Situation kommen, dass wir mit so einem Main Chars gerne einen Healer und Tank hätten Später mal Achso Mhm Und dann kennen wir uns mit Zugriff auf die hat Lassen wir einfach mal auf unsere Main Welt gehen Und dann können wir trotzdem so spielen Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht Also Main Welt sicher, ja Dann, wenn du nichts dagegen hast Nö Machen wir das doch so Dann können wir uns den Arsch beißen Wir sind schon dumm natürlich Zumig Also mach ich mal du, Alter Prägt mir die Sicherung schon mal zu uns, du Aber es kommt aufs Datenzentrum an, glaube ich Man kann ja die Welt wechseln mit dem Hä? Solange wir im selben Datenzentrum sind Kann man die Welt nicht wechseln Ja Das heißt, wenn wir Spriggern spielen Können wir auch zu Zerberus wechseln Das heißt, wir können auch Spriggern spielen, oder? Ich habe keine Ahnung mehr, du Ich glaube schon Ich glaube schon Hm Aber wenn wir auf unserer Main Charts die Drops machen Dann geht das Level schneller Weil wir da schon Mit den anderen Klassen ein höhere Level haben Kriegen wir ja Boni Wenn wir auf der selben Welt sind, oder wie? Nee, ich glaube nur der selbe Charakter Der selbe Charakter Also wenn du in anderen spielen möchtest Ja Ist ja kein Problem Aber ich könnte Mit meiner meinen Heiler hochspielen Achso Achso, wenn man mit dem Sam & Char In einen anderen Beruf leben möchtest Ja Ja Und das gibt Boni dann I think Nee, nee, ich bin mir sicher Das so ist, ja Das macht er nicht Wenn du Wenn du da trotzdem mit einer anderen machen willst Kannst du ja gerne Kannst du ja gerne so einen Fetten Dude machen Ja Ich bin jetzt auf Spriggern Alright Und schau, ob ich wechseln kann Ja Gaming ist zu kompliziert Fast Ja Das ist fucking Japanese IQ Ey Ist um 5 höher Und schon komm ich nicht mehr mit Oh Hm? Hm? Hm Nix, nix, ja Ich schau mal zum Haupt-Itheriten Ich? Nee, ich Ah Ja Research Purposes, ja Ich schau, ob ich Aufs Zellberaus wechseln könnte Einfach so Achso Müsste gehen, weil jetzt gleich Datenzentrum geht Aha Smart Blue Eye Alter, hier darf man nirgendwo hinlaufen Man will die fucking Main-Quest nicht Warte, bleib stehen Ah Ich möchte ja nicht unwissend sehen, junge Mann Ich erkenne ja nen Grünstaat, wenn ich ihn sehe Boah Du bist ein unwissender Noob Kräuterkude Ja fuck, der Stream hat funktioniert Warum zeig ich mir dann immer ein Black Screen an, du Motherfuck Hallo Kräutiger Motherf... Boah Ich bin nicht mad oder so Nee, ne? Keine Barely mad Barely mad Morgen in der Arbeit bin ich barely mad, ey Morgen auch Ich hab Bock drauf, ne? Scheiße, ne? Geh mal vor auf nen Lack Ich hoffe, du sabotierst immer schön Natürlich Fuck, jetzt hab ich nen Stream wieder angemacht Nein, natürlich nicht Ist alles koscher Suspektes Kraut muss ich hier einsammeln So, ich werd jetzt... Crazy Aber warte, funktioniert das überhaupt oder funktioniert das nicht? Das Welten wechseln? Ja Ich mach mich grad aufm Weg zum Eteriten Ich darf jetzt endlich so weit laufen Ich bin so'n fetter Spast, den traut man einfach nicht zurück mit der Waffe hier um zu fuchten Du konntest den Auftrag nicht annehmen, weil du die maximale Anzahl an Aufträgen schon angenommen hast, okay Ich möchte... ich möchte doch nur einen neuen Job annehmen, du fucking Mauer Ich weiß immer noch nicht, wie man Quests abbricht What? Mhm Can't be that hard Doch Moment Ja Gut von den Rels shit entfernen Nevermind Oh man I had a reading comprehension Minus 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 10,000 Ja Selten dumm, ey Rückführung erlernt So, wie werd ich jetzt zum so'n Dinklberry-Typen? Selten Reise Zellbewusst ja ja das geht wie wechselt man jobs noch mal eine waffe in die hand nehmen ja schon aber rot magier willi net hauptwaffe das samurai plattenerzeug gold schmiede ist alles ich mache sonst nichts ich mache meine hauptquests und dann hat sich die sache erledigt und hier drückt er mir jetzt so komische aufträge in die hand noch nie gemacht vor 20 blazed oh bist du jetzt umgelockt natürlich ich bin ich umgelockt ich bin nur hermetiker jetzt also wir machen den kopf aus da ist nur scheiß hampelmann mit zuwertrag 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 so was machen wir jetzt also ähm ja jetzt äh in level 15 kann man jetzt irgendwie so machen oder wie jetzt müssen wir mobs grinden ha 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 eine main story grinden oder du bestellst ja stimmt du kannst eine main story machen main story grinden bei mir wird schwer du ja aber du hast ja eine ep boni ja wo bruce hallo whoops sind wir vorbeigelaufen ey ja level 1 er noob fuck off ich will irgendwas töten ich glaube meine ganze rüstung ist kaputt nice the way of the marauder ich habe jetzt gerade erst realisiert dass ich heilen muss ey fuck das ist doch nice ist das chillix überhaupt nein nein haha das stimmt überhaupt nicht das ist drei tasten so viel drücken du schwätzer wenn das so wäre hätte ich das von anfang an intuitiv genommen das wissen sie genau ja ne ich weiß doch dass du so heiler aus prinzip nicht nimmst das könnte ich so nicht sagen das könnte ich so nicht sagen jetzt wie sch... frag wie komme ich da hin wie stelle ich den fucken gegen den helm aus ey das gibt's doch nicht äh c drücken ja und dann unter deinem charakter profil ja bild ist dann ausrüstung ein kopf anzeigen symbol ne die linken drei nevermind hahaha ich hab das aktiviert wie ne what fuck haha 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 das ist schon fast max level haha haha oi da what's happening to me haha das ist halt wahr ich hab gelagten milch gesoffen haha roachmilch roachmilch tschüssi h h h h h h h h Ah Phil, geht mir nicht mal bis zu den Knie-Scheiben. So kört sich das. Da werd ich fetter Koch mit dem Dude. Ah du bist sexist, ey. Schönen Koch mit zu haben. Aus Stahl. Ich glaub, heiler wird mein neuer Main, du. Vielleicht ist das übelst awesome. Ja genau, vielleicht ist das übelst awesome. Und so begann er die Community zu hassen. Ja du, ich bin schon so ein fucking retard. Ich will nicht wissen, wie das mit anderen ist. Der Typ, der mich da immer aufgekratzt hat, der war bestimmt richtig mad auf mich, ey. Oh, dieser Vollidiot. Schon wieder tot? Na gut, du hast es nicht leichter, du musst tanken. Fucking Dungeons, wo du keine Ahnung hast, was du hast, das war ja. Das ist gar nicht, ich find einfach neue Spieler, wenn's nicht klappt. Alter, stimmt auch wieder, ja. That's a good point. Du meinst, das sind Lehrer erstmal kein Lada-Fell, wie schön. Ja. Meiner ist ein Elisin. Meiner ist ein Elisin. Meiner ist ein Elisin. Das ist nur acceptable. Unacceptable. Ich freu mich schon, wenn ich dodgen muss und einer ist kurz vorm Verrecken und der stirbt dann, weil ich meinen Cast nicht durchgebracht hab. Hm. Du musst da so stehen, dass du gar nicht dodgen musst. Perfekte Positioning haben. Ja, wenn du die Fights kennen, ist das möglich, ja. Aber... Einfach overhealing. Einfach fallen. Mal die Fresse, Badaon. Mal die Fresse, Badaon. Hm, ich hab nen Dot. Geil. Junger Puck, Familiare. Ah ja, jetzt bin ich so ein fucking Alfinau-Typ. Karfunkel, ne? Fucker Piraten. What the fuck? Du kriegst echt so ne Pad-Leiste dazu. Ja, oida. Ich hab keinen Platz für sowas. Das ist zu kompliziert. Neulife, also Healer. Ja, du kannst ja Freibrief machen. Achja, stimmt. Freibrief. 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 Und, 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 äh. Äh, Fates, Mann. Schutz. Aus. Fass. Gib acht. Böe. Rückstoß. Oh, ja, ey. Da hat er mehr, da hat er mehr Abilities als ich. Ist da los? Samurai ist halt, ähm, Faithful. Schön wär's. Dann würd ich jetzt nicht Heiler spielen. Heeeel meee. So, wir waren nicht durch. Jetzt muss ich mir erstmal neues Gear kaufen, ey. Kaufen. Kaufen, kaufen, hauen neues Gear kaufen, ey. Total ist ein Lannes Zea. Okay. Zату hättest du, ey. Nimm. Kaufen. We MK2 und Kill. Boah, für ein Powerlevel, ne. Übel. Oh ja, erstmal zum Bierhafen, ne. Powerlevel. Achja, ich hab ja Mounts, mach ich ne Fresse, ich lauf hier rum wie so ein Pleb. Also ich mein, ähm, man sollte schon. Das kann im Prinzip ausnutzen, dass er mit einem Charme mehr klasse trinken kann. Ob der Kosmetiker mich racechasing kann? Ne, aber das Phantasia-Getränk, was du hast. Oh. Ich glaub mal kurz unten. Oh. Mach was. Oh fuck, wo muss ich hin, du? Achso. Haha. Haha. Das meine Stunden nichts gelernt hat. Haha. Hm. Du, das ist nur, weil ich telefoniere, esse und, ja, das war's. Und denke. Und denke, ja. Ich kann nicht, ich kann nicht Multitasken. Ich kann nicht, du hast einen Schaden. Nein, ich kann nicht. Ich bin doch so dumm. Hm? Warum? Mein anderer Char ist doch auf Chaos. Ja. Oder? Das ist mein Dragoon. Achso. Ne, ist er nicht. Ich dachte, ich hätte die Grenze schon verwechseln können. Überraschung mich. Wann nicht mehr. Wann nicht mehr. Aber ich hab keine Angst. Hier in den Tärken. Ich habe keinen Druck. Ich habe keinen Druck. da heile ich auch mal oder mache ich nur damage ich wünschte der meinte ist so scheiße unaufgeräumt haben wir jetzt fallen bald voll bring me to so kurz mein geschirr wegbringen so 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 Mindestens. Ne. Ne. Guter Casual. Boah, was ist das? Ich rocke doch die Fades, ey. Ach, du machst Fades? Ja, zufällig bin ich hier jetzt reingelaufen, weil ich Marienkäfer und Dockratten töten muss. Zufällig. Ich überlege gerade, ob ich einen Controller anschließen soll. Ja. Why the fuck not? Das wird die Gaming-Experience nicht schlechter machen. Ne. Aber später soll es ein bisschen schwieriger werden. Mit dem Controller? Ja, ich habe ein paar Erfahrungsberichte gelesen, dass es für Dungeons & So ziemlich kack ist. Aber das kann ja einfach nur ein Spacko gewesen sein, das geschrieben hat. Ja. Ja. Boah ey. Level 7 Dodos, ey. Schädelspalte. Ja. Ach, diese Karfunkel haben diesen Knockback, ey. Ja. Ich mach mich immer richtig mad. Dein Pet, oder wie? Ja. Ich hoffe, ich kriege Kohle-Spells. Mehlwip. Mehlwip, du geiles Sau. Hat er nicht gesagt. Ja. Ich muss mich raus. Ich muss mich raus. Das ist die unerschütterliche Klinge, ne? Die unerschütterliche Klinge. Physik mit CK. Sick. Physik. Ja, man merkt, dass ich heiler bin, ja. I need more damage. Ich schließe schon meinen Controller an. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Vielen Dank. Ich muss nicht mehr was umstellen. Das Interface. Wie mache ich Attacken? Ich kann laufen. Minimap öffnen. Ich muss nicht mehr was umstellen. Das ist ein volles Froschgeräusch. Hast du nicht gerade gerülpst? Nein. Okay, dann was im Game. Da habe ich gerade was gemacht. Aber ich mache manchmal so ein Froschgeräusch. Das ist mir auch schon aufgebracht. Wenn ich Kohlen sorge. Nicht ganz raus rülpse, aber so. So halb. So halb. Vibrationen entschalten. Yeah. Oh, was ist das hier? Da steht nun Ether-Strom-Balken zur Verfügung. Ah, Energie. Ich habe Leech. Oh, der Geil. Du hast Leech. Ja. Klöp. Du hast Leech. Okay. Oh, der Geil. Ich habe Leech. Vielen Dank. Oh, my God. You're right, man. Multiple choice. Oh, ich führe über alle Berechnungen genau Buch. Fick dich, du Mathe-Nerd. Echte. Quatsch. How dare he? Na, was ist eine Sie? Quatschst du mich hier mit dem Mathe voll? Oh, meine Äther-Feld-Berechnungen. Oh, shit. Äther-Fluss aus, um deine Äther-Steine zum Leuchten zu bringen. Abhängig von... Okay. Und weiter. Back. Back. Du bist noch am Einstellen, oder? Ja. Ja. Schenke? Oh, Maschinist. Fuck. Hm. Ich weiß genau, dass ich so eine Scheiß-Kapuzen-Ausrüstung krieg, wo ich den Helm nicht ausblenden kann. Diese fucking Burka-Ausrüstung, ja. Ach, das Transmugg ich weg. Ach, ich hab Miasma. Okay. Das ist das, was... ...den Dudes genommen wird, worüber sie sich aufregen. Nice. Hm. ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 2, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 20, The Mule must dive. Hold of them. So. so noch food fressen für drei prozent extra mhm ich muss mir die maus mit in die Mitte halten Wie sehe ich die denn an? Ah, es ist sogar gut, dass du Marauder spielst. Die kriegen relativ früh ein Aoi. Ich habe Gladys gesehen, die struggeln damit. Ich habe es doch gerade noch hingebracht. Fuck. Das muss ich mal nachschauen. Das ist toll gut. Da unten. Hm, Schafe töten. Ah, ich mache nur was. Das ist toll. Das ist zu blöd. Jetzt kann ich wenigstens meine Einträge vervollständigen, dass ich da weiter rankomme. Das geht als Samurai irgendwie nicht. Was für Einträge? Diese Codex-Einträge, die brauchst du irgendwann. Damit du bei deiner Gesellschaft in Rang aufsteigst. Als Samurai konnte ich den Codex nicht zu Ende bringen. Ich finde es geil, dass man nicht so weit laufen muss. Mhm. Für die Fates. Und wie schnell das gleich mal geht. Das ist ungewohnt. Das sind bessere Weltquests. Okay. Dots. 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 So viele. Dots. Das war auch eine Sache, die mich extrem gewundert hat. Ich hatte jetzt ein paar mal so richtig gute Tanks dabei und die pullen quasi entweder genauso wie in WoW oder noch viel mehr. Also du kannst richtig schön Mobs pullen und nuken. So verlaufen. Oben, oder? Ah, ja. So. Jetzt sind wir auf Stufe 10, aber sie werden schon angezeigt. Sollte passen. Sollte passen. Sollte passen. Und einfach. Sollte passen. Alles ist. Jetzt ist es viel weniger. Was? Sollte passen. Ich kann ja noch nicht hochknüxeln oder? Vielleicht liegt es auch in der Quest, weil wir müssen eigentlich nur die fette Krabe da hinten töten Ja, da ist sie Ich hab schon gefragt, wo das Viech überhaupt ist So, wo esuit? Wenn wir uns nicht auf den Rücken Ihr könnt, wenn wir uns nicht hier ver движen, dann ist es nicht nur die Reihe Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich hab Tollkühne halt. Das ist... Das ist alles critted. Ach, das Ding, ja. Das ist geil. Achso, das dauert noch ne Zeit hier. Ah ja, stimmt. Ich bin Level Up geworden und auch du auch. Hm, genau wie ich. ACHO! 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 Er taugt? Ja. Macht Spaß mal auf Sachen drauf zu hauen. Wenn du mich dort einfach und guck, dass du nicht verweckst. Hm, du willst die Instanz anbauen. Ja. Fuck, Jimbo stirbt fast. Da stimmt die Erfolgssträhne, wenn wir Mobs hintereinander killen. Gibt's ja auch noch. Das ist immer noch mal extra EP. Ja, sehr nice. Ja. Das ist ja deine Instanzen auch geil, oder? Jo. Kriegst du. Das weiß ich. Endlich weiß ich noch was. Merve. Zack. Zack. Spawn schneller. Das Gute ist, als Heiler brauche ich... Ah, wobei, ne. Das stimmt so nicht ganz. Ich muss immer noch auf Mechanics achten. Jupp. Es gibt auch irgendwie Tankbuster, aber ich weiß nicht was es ist. Tankbuster? Da hinten. Ja, das sind irgendwie Boss-Abilities. Wir machen das Fade so lange, die Musik hat schon aufgehört bei mir. Bei mir auch. Ja. Nice. Level 10 Quiz, Level 5 Quiz. Unten ist wieder eine Fade aufgeploppt für unsere Level. Das sind Tankbuster? Das sind Abilities von Bossen, die ich glaube nur bei dir so viel Damage machen. Und die kann man... Also man kann den Damage irgendwie mindern als Heiler. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht wie, aber... Du musst halt wissen, wann der kommt. Dann muss ich dir was draufhauen, damit du nicht gewonshotted wirst. Wir werden sehen. Ja. Ja. Das... Wird einem wahrscheinlich schon erklärt. Guck mal da rein. Achso. Ist das unten, glaube ich. Glaubst du? Ja. Ne, hier hat der auch auch gesehen. Ah. Ja. Und die 10.000 anderen... Woops. Ackhau... haha Das macht irgendeinen Spaß Oh fuck Oh, da hinten ist nur noch einer Ich muss dich heilen, ich muss meine fucking Pets heilen, ey Das ist mal eine Herausforderung Wir müssten jetzt aber schon langsam einen Dots verrecken, oder? Ich muss sie mal wieder refreshen, aber die sterben langsam Ah, die sterben die gleich So, jetzt wird er angekündigt Und? Ja, ich kriege noch den Nut Ja, ich kriege noch einen Dots Ja, ich kriege noch einen Dots Oh, die respawnen schon wieder WTF Ja, ich kriege noch einen Dots Ja, ich kriege noch einen Dots So, was macht mir erstmal Schaden über Zeit, also noch einen Dots Geil Das ist mit dem benachbarten Areal Unten, nichts Unten ist eine Gelbjacken ausbilder Palast Revolte Äh, ja, Palast Revolte Aber ich habe meine Quests schon Aber du noch nicht, ne? Äh, doch Doch? Ja, dann Angriff der Migalo-Kraben Ich muss die Brodelsocken machen Also ich meine deine Klassenquest Ja Okay Ja, hier ist gerade wie ein Fade aufgeploppt Ja, machen wir das Ich habe schon seit Stufe 5 meinen Klassenquest Ach so Ich bin Stufe 4 herausgerannt Ach da Sowas macht mir erstmal Was sind das für Quallen, das ist ja wie Bloodborne Dort den ich kasten muss Trifft er alle? Ich glaube schon Nur der eine hat den im ersten Mal gesehen Ja, das macht aber gut Damage Oh like this Is getting fucking nerfed Of course Of course Oh shit Ich habe nicht gepullt Oh shit Wer aggro hat gar nicht Wow dude Das macht aber viel aggro dem Jasmascheiß Pssst Walk quietly into the night I didn't wanna walk quietly into the night I didn't wanna walk quietly into the night Du kriegst mich ja erstmal Du kriegst mich ja erstmal Du kriegst mich ja erstmal Ja, kriege ich dasen laufen Carsten Tatsächlich, man kann Carsten ein bisschen laufen, geil Wie viele sind das? Ja Alter, what the fuck? Den, den Dodu, den Schokobo ist gleich tot. Oh, nein, nein. Welp, dat he is. Das ist das erste Mal, dass mein Schokobo verreckt ist, ja. Muss ich halt wieder Gras aus der Truhe klauen. Ich find's geil, wie die läuft mit der Axt. Du Wahnsinniger. So eine irre Axt im Bauch rammt. Das ist nichts im Vergleich zu meinem tollen Buch. Zeig. Nein. Ich bin schon wegteleportiert. Ich werd's noch sehen, ich werd's schon noch sehen. Ne? Ach stimmt, man kann sich ja teleportieren. Dumm, dumm, dumm. Nice, ich hab dich angesteckt. Imitalse, being insane. Das kannst du dem Franz nächstes Mal sagen. Lach dran dafür. Lach dran dafür. Stimmt. Du kennst ihn echt gut. Haha. Franz ist auch nicht bezogen. Haha. No inner monologue. Was soll ich dazu noch sagen? Also ich werd definitiv auf Controller umsteigen. Wenn ich mal check wie's geht. Achso. Weil's irgendwie saumäßig angenehm ist. Wenn du mal weißt wie's geht, okay. Hast du gehört, was die mit Classic machen wollen? Äh, ne. Keine sprachspezifischen Server, sondern alle zusammengewürfelt. Hm. 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 Ist geil. Wie soll das denn funktionieren? Ja, das geht schon. Serverkosten sparen. Ist ja nur Classic. Als reiziger Hoffnung. Ja, du, ich hab meine Hoffnung schon gefunden. Ja, Japanese Enemy Tiddies. Dann noch ne Cat Lady. Und ich weiß genau, Elon Musket arbeitet da auch dran. Wer arbeitet da dran? Elon Musk. Dann Anime Tiddies. Ja. Und dann Cat Girls. Chomsky sucks. Chomsky sucks. Chomsky sucks. Ja. 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 Insta-Queues im Spiel sind noch viel geiler als im WoW. Das sag ich jetzt mal. Paracent. Das dauert hier halt wirklich viel länger. Ich glaube jetzt. Ähm. Was machen wir jetzt hin? Es geht. Also jetzt, wo Shadowbringers nächste Woche rauskommt, warte ich tatsächlich nur 20 Minuten auf meine Raid Invites. So wie es angegeben ist. So wie es angegeben ist. So wie es angegeben ist. Was muss ich da machen? Rösling? Du bist eigentlich aus Philipp Rösler geworden. Das hab ich schon mal gefragt. Ja, hast du schon mal. Ich weiß so, noch nicht. Haha. Das ist verschollen. Ich glaub der hat genoticed, dude. Rösler. Das Auto kann übrigens fliegen. Mit Brünnbar sprechen. Wo ist denn der? Ich glaube jetzt ist das noch ein paar Musik. Ich glaube jetzt. So wie es soll. Ich glaube jenschwanz nach. Und ich weiß nicht, das noch mal richtig ist. Ich weiß nicht auch. Ich sage jetzt mal kurz. Ich weiß nicht nur, nein. Das ist es zu. Ich weiß nicht. Also nicht nur, Ich weiß nicht nur, die schlaufe. Ich weiß nicht nur. Ich weiß nicht nur, aber nein. Ich weiß nicht nur, die drachen hier haben sogar eine eigene sprache ich weiß nicht ob das irgendwie von tolkien oder so übernommen wurde oder von irgendjemanden der als drachen mythologie geschrieben hat das ist ziemlich nice dreck im spieck wenn man den rechten stick reindrückt dann kann man first person spielen zwischendurch kommt schwarler rumvitteln wir coveren der ist Das lässt sich auch. Ah, fuck. Eintrag vollständig. Hermetiker. You Hermetic. Null. Was? Nulln? Ich kann mich auch noch drauf fallen. Legend of Total War hier. Und heute werden wir eine Total War Empire-Campagne spielen. Das ist so clever, ey. Was macht ein M.J.? Kann ich zum 50. Mal dieselbe Kampagne anfangen? Doch. Ja, ich hoffe der Typ hat gut gespart, ey. Weil... Klingt nicht so. No King Rules Fiver, my son. Wenn ich nach seiner Frau das ganze Geld verballern würde. Ja, das glaube ich auch. Der ist voll Idiot da, weil der bringt viel Geld nach Hause. Er bringt es nicht nach Hause, sondern es kommt zu ihm. Ja. Ah, Legend of Total War hier. Episode 5000 of... Schlag mich tot. Runde 500. Muss doch mal gut sein, ey. Und herausgefunden, wie es funktioniert? Ne. Ich habe jetzt wieder auf das dazu in Maske wechselt. Ja. Ich fühl mich auch so schon kaum zurecht. Tastatur... Und die Maus? Das ist halt viel angenehmer zum Laufen und so. Mit Tast... Mit Controller. Ah. Aber wenn man irgendwie Maps öffnen muss und unter Menü ist und so... Keine Ahnung. Dann ist Aids. Hm. Gibt es bestimmt irgendwelche Tricks von Profi-Consore-Players. Ja, da gibt es auch schon YouTube-Videos, aber... Zeit nehme ich mir jetzt nicht. Zeit ist Geld, Freund. Das ist noch 20. Woah. Oh, ich mag die Greenskins. Oh, die Greenskins sind fantastisch. Oh, das ist nicht wirklich so gut für eine Unit. Ich hab... Ich hab ähm... Mit meiner Hi-Elf-Campaign... Auf... Sehr schwer ähm... Ein paar Screenshots gemacht gegen Necrofex-Colossus-Armies. Mhm. Ich hab nicht einmal... Nicht einmal Probleme mit der Jugend gehabt. Die haben saugeringe Moral und fallen sauschal um. Und viel Schaden machen sie auch nicht. Naja... Ah... Ich würde sagen... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich bin gerade echt zu dumm... ... 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 brennen bar heißt der ist irgendwie da wird mir in der in der halle angezeigt von dem lehrer aber irgendwie nicht also irgendwie darunter oder so aber ich weiß nicht wie ich darunter kommen soll in der halle ist da links da müsste also wenn du oben stehst bei dem furzi oder halt in der mitte da wo der fette tut steht da müsste rechts ein eingang sein wo du runter laufen kannst rechts ja oder irgendwo hier in dem raum oder könnte ich runterlaufen ja ich komme gleich doch doch hier weiter draußen weiss auch nicht ob das eine behinderung ist mir geht es ja nicht anders wie schalt ich den helm noch mal aus oder was ich mir paralysiert das mount ist aussieht wie ein roter todesstern ist auch ein neues was ich unbedingt möchte was wir fahren müssen ist das wolf mount die gibt es beim schieber weit entweder da oder in einem dungeon wo du gegen fenrir kämpfst aber ich weiß eins von beiden auf jeden fall das ist das die ist suggerlich es ist großartig So, dann probier ich mal das Level 10er bei der Level 14 Quest, ich muss die Gruppe kurz verlassen. Die liebe ich, die Dudes. Die immer mit Masken rumlaufen oder wie? Ja, ich mag mit dir reden. Okay. 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 Ich muss als Marauder mal so ein kleines dummes Kind halten. Okay. 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 Äh, sch... Ich miss mich... Ja, Franz... Fischstum denn... Auf... ... ... ... ... ... ... Die Welche Rolle wäre für dich am besten von starken Kämpfern lernen, schwächeren Kämpfern helfen? Der Typische Highlighter Wow, die Sonne ist echt geil in Linsa Ich stehe irgendwo im Kraftbusch, ich sehe zwar das hier aufgeht, aber Kraftbusch Kraftbusch, Kraftbusch Wusstest du, dass JoJo's Bizarre Adventure schon seit über 30 Jahren existiert? Ja, aus den 80er Jahren Krass Wundert mich jetzt nicht I did not know Ich kannte den Anime schon lange, also ich habe ihn mir nicht angeschaut, aber Ich wusste immer nicht wie er heißt, ich weiß erst sehr kurz, dass er JoJo's Bizarre Adventure heißt Das klingt irgendwie so nach einem Kinder-Cartoon oder so Murabi Trocken-Docs Du trägst die optimale Hermitika ausrüstung Natürlich tue ich das He nennt Före schon Före schon Master of arrogance Tatsmuk Tatsmuk Tansmuk Tansmuk ich frage mich ob wir irgendwann mehr von den allagern erfahren das müssen wohl so komische urgötter gewesen sein die aus irgendeinem grund den ich nicht mehr weiß oder eventuell noch nicht erzählt wurde ausgerutscht wurden lage von welchem volk waren es die götter es war ein eigenes volk die aber diese ganzen prima und so mit leichtigkeit unterdrückt haben die waren halt superior zu allem anderen ja da ist das kind das ich retten muss von den facken kram ja Ja. Was ist denn die Stufe 15? Was ist denn die erste Stufe 15? Ich schau. Was ist denn die nächste Stufe 15? Ich schau. Ich schau. Ich schau. Schau. Ich schau. Schau. Yes. Ich kann nicht über Gammelrüstung transmoggen. Sad. Was? Geht nicht? Nee. Why? Don't know. Kill the Gammelrüstung. Kahlrodung. Ach, das ist dein AOE, glaub ich. Mhm. Schott. Welcher freu mich vor einem. Wie werde ich ein Mentor? Nein? Nein. So nicht. Ich hab dir das klein gedruckte. Nein. 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 Never take responsibility. Nein. Oh, wei wei. Nein. 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 Mortality is my bitch. Oh my god. er ist gerade so ein klepp und ich habe die ganze er stirbt fast und ich auch er stirbt jetzt er legt doch noch ein Hader oh Gott sei Dank Also diese Fates, wo Arsch viele Mops spawnen, das ist echt no bueno. Ich weiß nicht, dass ich die Fates des Kurs hier habe. Oh, kurz pissen. 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 Ich vergesse irgendwie immer, wie viel Klassen es eigentlich gibt. Es gibt noch einen fucking Archer. Machinist. Astrologe. Ja. Du kannst den Marauder eigentlich auch durchgehend spielen. Da wird er dann zum Krieger. Oder zum Dark Knight. Krieger, ja. So much. So much. To do. So much to see. Oh, kurz pissen. Okay. Du warst abgehackt, aber ich weiß genau, was du mir sagen wolltest. Der hat dir auch schon verklagt. Du warst abgehackt. Du warst abgehackt. Du warst abgehackt. Ich verw 그걸 mich zum Mögen. Irrisch. Du. Du warst ganz klar. Volle fall. So, dass du compact admirst. U status es igual zu 항상. Und währenddre budgets. Hast du schon mal gewähniert? Über das sind diecember. So. So, die founders ist wichtig. In Ordnung muss man einfach auch Frank. Gewinne, gewinne, gewinne. Bist du schon Kreuzhause? Ja, natürlich. Da wollten sie unseren Boy... Framen. Mit Childborn. Das sind schon Scumbags. Schon. Ich krieg echt nur so scheiß Bücher als waschen, ey. Ja. Geil. Oh, aber der Vor spielt auch gerade einen... ...Geleerten hoch. Also einen Equipment hoch gerade. I wonder why. Wie geht da eine Song nochmal? Majon? Ja. Hast du immer noch nicht begriffen? Das auch, aber ich hab's auch noch nicht gewonnen. Ich hab's nur angestellt, dachte mir, nee. Zu kompliziert Too high IQ Auf jemanden der schon Probleme hat Gerade rauszulaufen ist das zu schwierig So schlimm schon, ja Ach shit, happens Ja, ich hab's auch im Real Life, aber das liegt daran, dass ich nix sehe Das stimmt, ich könnte Ich könnte Freibriefe machen Schuhe 15, oder? Ah ja Ja, naaah Ja dann Aufs zum Bierhafen Bierhafen Vier Level noch, dude, dann geht's los Oh, warte Go, 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 go Go, go, go So, jetzt erstmal Minzlassi saufen What the fuck, du Du dekadente Set, was Oh, dekadente, schau Kunstfertigkeit plus 12% Ja, genau Töpelturm Kommt mir bekannt vor Also wir treffen uns beim Bierhafen, ja Achso, ja, okay Oh, die Wege finden zum Bierhafen Ja, schau So Das sieht auch aus wie immer aus, das Ding Ja, kriegt man auch durchs Questen Der ist eigentlich ne Ding Quatschen Malstrombootin Muss man begleiten, ne? Achso Ja, fuck it Wohl in Stufe 16 Achso Das stimmt, der Bierhafen war schon pretty late Das ist Endgame hier Ja, wo gehen wir da hin? Töpelturm, weit am Süden Töpelturm Töpelturm Krass auch, dass man Sein Geld nicht transferieren muss, weil das Account weit angezeigt wird Yes Genies What a mess with me Achja, Dodos Achja, Dodos Das ist noch so ein Fag Ohne Scheiß Ohne Scheiß, die Dodos haben die Fähigkeit Ohne Scheiß, die Fäule, die Fäule Ohne Scheiß, die ca. Show no worries ich habe zwar versucht die einzuladen aber es hat nicht funktioniert ja weil ich mich nicht angenommen hatte was woher okay i dont know fatter dodo lass ihn nicht anflitzen so hier wirklich all gepullt das ist das normale hier trust me ich bin hier many times gesmashed gesmashed das macht good damage holy fuck machst du das? ne du ich hab da nix mit am hügel oh da kommen jetzt viele was macht oh scheiße ich habe nur die hälfte gesehen die hälfte versuche mich allein zu furzen das sind wir gleich in der hier dingels ultracombo wohl mehr es sind noch mehr da okay ja noch mehr ja noch mehr nope this is how we do it da kommen noch viel mehr oh okay aber hä? wir müssen die gar nicht killen oder? ich glaube wir müssen die nester kaputt machen hm naja aber das dodo killen geht auch ep oder nicht? ja grad ein level up bekommen und unterbrechungen erlernt das ist so das ist so so ridiculous hm hm im Ich kann gleich sehr viele Dodo-Eier kochen Ich fahre jetzt noch ein Nest Da ist noch eins Da kommt einiges Da ist noch eins 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 Keine CP mehr Wollen wir einmal die Attacke reinmachen Dann wird die EP bekommen Okay Das waren viele Ja Warum ist denn der 15er Ach Die Fiecher Ja 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 Das war's. Das sind die Großen. What? Oh my god. Das ist so groß. Das war's. Das war's. Das war's. Spawning. 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 Nice, zwei Level noch. Mhm. Tagga, tagga. Gelbjackenhauptmann. Mhm, Level 18. Wird schon. Ah, Bierhafen, ja. Bierhafen. Ich hab da sogar ne Quest. Wie? Frischgebackene Gehilfin. Das ist bei mir da hinten. Steuerprüfung. Das ist ein Goblin-Handler. Töten. Das sind alle Level 18. Oh, f***ing God. What am I doing? Wann pull ich die alle? Ich schmeiß mit Bomben. Ja. Ja. Over here. Ich bin aufsicht. Ich bin aufsicht im Laufen. konfiziere ihre beutekisten ach so dann hören wir mal auf sie zu töten aber wir haben schon drei die leistung die leistung abgibt soll ich abgeben der andere ist auch fast tot oh god was kann man das ist von dem anderen das darf ich bloß verpissen nicht auf mich hauen du bist du noch da? jo ich kippe jetzt ab Mal weiter. Gut. Wo kann ich die eigentlich abgeben? Bei dem Dude da vorne. Oben? Wo wir grad waren? Ja, genau. Du stößt eigentlich fast bei ihm. Ne, hier. Runter. Der da. 20 V. Achso, ja. In einer Minute kriegen wir dann die Belohnung. Ah. Gut. Fett Agro am Arsch. Ja. Wenn du da wo. Mach ihn. Er. Mach ihn. Ah. Mach ihn. Mach ihn. Unten sind noch 12 und über 13 Fades. Gierschlund Gertrude, das ist ein fetter Dodo. Möre, Elphi los. Oh, yes, she does. Oh, yes, she does. Was ist das? Fast halb down Fauliger Furz 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 Du brauchst noch, äh jetzt sind wir bei der Level 13, okay. Ja. Machen wir den Typ, rafft es nicht, das fehlt. Ah, da oben, ja. Gut. Das ist so ein Tag, da wirkt der Kaffee irgendwie nicht. Das ist übel. Schon zu abgestumpft. Wir haben eigentlich lange nicht mehr getrunken jetzt. Echt? Also die ganze letzte Woche nicht. Also wir müssen jetzt alle umkloppen oder was? Nee, trypte Kraft nix. Rerun! Oh Gott, das ist wie so'n fetter, du. Mit Elf. Was denn? Hä? Ne, das bist du. Ich hoffe da kommt noch jemand. Nope. Wenn die nicht in die Stadt pullen oder so. Ne, wir sind schon außerhalb der Fate-Reichweite, glaub ich. Und jetzt sind weg. Okay. 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 Wir müssen uns überhaupt OM werden. Ja. Vorhin bin ich fast auf'n ALA gegangen. Oh Gott, der hat noch so viel Leben. Ich dachte, da kommt jetzt mal jemand, der uns hilft oder so. Super. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es ist ein Warnhof-Face gespawnt Und ein bisschen Level 10er Schafft man den in 8 Minuten? Ja, schon Will it be worth it? Probably not Nee, aber ist lustig Aber das ist das Chen Es ist wirklich ein Warnhof-Face Warnhof-Face Und ein Warnhof-Face Und ein Warnhof-Face Sock 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 Wundert mich überhaupt, dass wir zu Dudes die 5 oder noch mehr Level über uns sind, dass wir die killen können. Die Lung-Tank immer. Ich verfehle halt schon oft, wenn ich treffe, dann mache ich auch nicht viel Image. Ich mache auch nur 17 oder so, aber... Geht? Physik... In 2 Minuten haben wir 30% runtergekloppt. Hm... Close. Bade prospect. Nur Lehmann. Ich nehme es als Move mit Übung. Ja, wenn du hier einmal falsch stehst, dann sind wir gefickt. Ja. Warum kommt denn keiner? Die haben alle nie gefunden. So wie ein Schweine. Oh, 4 Minuten noch. Ich gebe zum Schluss dann 5 EP, weil wir mit der so... Mit der so hoch ist. Ja. 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 Ich höre mir gerade im Hintergrund, ähm, das Archweimer-Video über... ...weil... ...Dev Korps und Krieg an. Ja. Ja. Und er beschreibt so den normalen Tag von so einem Krieg, äh, Typen. Und... ...der... ...berichtet halt von der, von der Arbeit, die die machen müssen. Das klingt genauso wie die... ...Arbeit, die ich... ... bei Texas Instruments gemacht habe. So in der Werkstatt, die immer am Laufen ist. So in 12-Stunden-Schichten. Nach dir ist nachher mit Anna dran. Fünf Minuten hat's gedauert. Ja. Turtel-Dodos. Feather-Dodo. Ja. Quantum-Delta, have funds. Natürlich. Väl America Ex also. Da, helева. Also. Ichriffe Has. Das, jetzt ist nicht gut. Ich fische H"... ... Ich habe nur das 1 weg. Okay. Siehst du noch ein Nest, doch da vorne ist meins. Straßenblockade, da sind wir die Auerochsen. Mhm. 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 Du kannst für Gilden Geheiß anmelden. Äh, ah, anmelden, okay. Äh. Eines der Gruppenmitglieder füllt nicht die Voraussetzungen. Oh, okay. Scheint wohl doch nicht zu gehen. Und was, was, äh, muss ich noch machen? Äh, Gilden Geheiß? Wir sind jetzt selber Level drin und haben eigentlich das gleiche gemacht bis jetzt. Ja. Ja, ich glaub das ist einfach nur eine Message, die wir kriegen, weil wir noch nicht Level 15 sind. Ich dachte, das geht schon vorher. Mhm. Da ist ein Escort-Quest oben. Da hat schon jemand angefangen. Glaub ich. Leech. Wir sind aufotros. Und wir entscheiden. Viens wieder mal auf, wann keine nächste Malstraße. Die sind eine Lange allá. Oh Gott, Escort-Quest. Das kommt auch wieder von String-Classic. Ich glaube, sie sind alle noch schön verpackt, so wie früher. Ich glaube, sie sind alle noch schön verpackt. Ich glaube, sie sind alle noch schön verpackt. Ich habe mich doof angeguckt, dass wir hier... Ich dachte, sie sind zerk. Ja, verständlich. Oh, das hätte so schnell hervorangekommen. Ich glaube, danach bin ich 15. Hm, okay. Bei mir dauert es noch 15k AP. Okay. Äh... Ach ja. Hm? Ich habe ja dann noch die Klassen-Quest ab 15. Ah ja. Ich renne mal zu dem... Oh ne, das ist schon wieder die... Ja, vielleicht ist einer da. Mhm. Der kleine Nimmersatt. Der kleine, schwache Nimmersatt. Das dauert nur 5 Minuten. Das war noch besser als der Bomben schmeißende Kobold. Äh, Goblin. Ja, mit Edds wäre der nicht schaffbar gewesen. Hätte ich keinen Manafall gehabt. What the fuck? Das ist ein Pokémon oder das? Sieht aus wie ein legendäres Pokémon. Ja. Neat. Oh, schön. Hat noch keiner mit angefangen. Schaffst du so, ne, oder? Heldentum. Heldentum? Ne. Heldentum. Neatum. 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 い Wie viel hast du mich angerufen heute? Was, zwei? Nee, du hast mich angerufen, aber das macht nichts, ändert ja nichts. Ich glaub zwei, ja. Was haben wir den ganzen Tag gemacht? Nichts. Wir haben nichts an mir gemacht, schmierig mal. Ja, wir haben Warhammer gespielt, das... Ich weiß gar nicht, warum wir aufgehört waren. Weil irgendwie die Einstellung nicht gestimmt hat und dann... Ach ja, stimmt. Stimmt, wir konnten's nicht aus. Ja, aber das geht. Wir konnten eine Autorysauten, ja. Ähm... Dann haben wir Shogun gespielt. Wurde ich gewaggt? Ja, genau. Und dann haben wir Turtle Wound erstmal downgelaudet, für eine Stunde oder so. Genau, ich hab mein Zeug umgebaut hier. Ja. Und dann ist es zweimal abgestürzt. Genau, und seitdem schwimme... Und dann haben wir hier angefangen. Ja. Dann hab ich einen Controlleren gedirbt. Ja. Und dann bin ich, nehm... Ja. Und dann oder? Ja. Dann bin ich nicht... Ja. Ja. Es ist total dumm, dass ich den Sprint immer noch nicht gekeybindet hab, ey. Ich hab mir jetzt auf 4 gezogen. Auf 4? Ja. Was soll denn hier für R? Für Running. Ach guck, jetzt ist er fast tot und bekommt ein fucking Hunter. Ich bin auch fast tot. Ah stimmt, sorry. Jetzt brauche ich noch 3k, 3,5k. Okay, kannst du fette Dodos abhaben? Nein, da ist noch Level 10er. Ausgewogene Ernährung sollte reichen. Okay, kill dich fetten Dodos, dude. Get em. Das sind so scheiß Zähle. Get em. Die sind aus Stein, die Dinger. Fett aus Stein. Oida. Mighty Dodo. King of the Dodos. Oh, fuck. Das ist ein Level 10-Mob und der helft für mich. Ah. Why? Wir brauchen eine Damage Stealer. Ja. Das ist dein da. Gut. Allahuegba. Alla. Huacba. Allahuegba. Und gehst du heute ins Bett? Zehn. Zehn. Ja. Zehn. Like every day. Das ist ja schon mal eineinhalb Stunden. Ja. Okay. Dann können wir ja morgen auf der Ninnis laufen. Ja. Andi schreibt mich auch schon an. Wo bleibt der Hunter eigentlich? Der kommt, wenn das Viech bei 5% ist. Leech. Leechers Fantasy 14. Leech-Bringers. Das ist ein Typ der Blute geliefert. Leech-Bringer. Ja, die bringt er dir mit der Roachmilk. Leech-Rage. Leech-Bringer. Äh, Blood. Leech-Blood. Da komme ich auf Rage. Ich dachte an Storm-Rage, deswegen. Oh, nee. Das ist der Deep-Rooted-Rage. Auf der Machine. Oh, knapp. Oh, halleluja. Bist du wegen diesen Mobs eigentlich auf den Rösler gekommen? Ja Bin ich Wegen dem Rösling Bist du wegen diesen Mobs eigentlich auf den Rösling Okay, morgen muss ich mir echt die Klimaanlage ins fucking Zimmer stellen, ey, das ist disgusting Und du musst deinen Running Button shortcutten Das kann ich, das kann ich dir nicht versprechen Procrastinaten Drei Klicks, no Ja, ich bin auch zu voll dafür, ganz ehrlich Ja, nee, das ist nicht das Problem Das ist für eine geile Lust Ich hab nur keinen guten Keybind mehr Der angenehm ist zu drücken Q, E, R, T, F Hab ich alles schon belegt Was ist mit G? G G G G G, Y, Y, X, C Na, C brauchst du wahrscheinlich Ja, gut X oder Y Ja, das hab ich überzeugt Es gibt genügend Genügend Ja, was war Ja, was war Nein Nee, nee, nee Ich disagree Ich weiß, es ist ein geiler Schwarze Magie, muss ich doch wieder eine Schwarze Magie spielen Schwarz Magie Schmant Magie Schmeiß gut fett Scheiße, jetzt hab ich irgendwas gedrückt und nicht gelesen, was es war Das war bestimmt irgendeine Gutmenschkacke, ey Scheiße Wie komm ich hier raus? Astonian Burninating the Ischgard Ischgard on fire Ja Astonian Einfach Ich check das Memes zwar nicht mit dem, aber Ich mag den Charakter Welches Mem? Astonian Astonian Das Video, was ich dir mal geschickt hab Ich weiß, ich schick dir viel Ja 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 Hey, Familiar 2 freigeschaltet Geh 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 Oh ja Was ist das? Juchlieder Grimor Allrighty then Dann bis Moin wahrscheinlich Jo, bis Moin, gute Nacht Jo, bis Moin Jo, bis Moin Jo, bis Moin Jo, bis Moin